servus und herzlich willkommen zur folge nach und zwischen den folgen mit vorsicht geblos ph und glada und glada natürlich meine wendigkeit und das bild ist irgendwie schief so geil geil so bild zu bild bild zu bild sind in der großen drohe hier ich habe mir die koordinaten aufgeschrieben von dieser welt wo unser altes haus war ich gehe jetzt noch mal nieder obsidian fahren hast du ein bisschen was zu essen dabei vorsicht muss ich jetzt mit gehen oder was nein ich hab dir ein stück fleisch und dann kannst du eine suppe machen dann muss ich verhungern aber das ist schlecht aber ich baue mir halt einfach noch mal eine schüssel dann kann ich mir nach der pilzsuppe machen ich hätte ich hätte die schweine killen sollen jetzt mal ehrlich nein ich hole mir jetzt welche und vielleicht haben wir noch genug ja eigentlich wollte ich ja du die die schweine die dich für die nahrung aber ich ist ja egal vergiss es komm ab verpiss dich schnauze ich bin für andere andere dinge zuständig meine stimme ist ja wohl mal clean ok clean ist geil mushroom soup für jetzt ganz viel so ach genau ich mache mir jetzt erstmal einen kleinen stall was habe ich mir jetzt aufgenommen seeds wieso hast du jetzt seeds alle auf den boden geschmissen und pilze ja damit du sie aufheben kannst ja das ist ja du musst ja noch farm gehen jetzt muss ich eine farm bauen oder was nein ich geh jetzt nur schweine holen ok 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 dann reg dich ab vorsicht ich reg mich überhaupt nicht auf ich sagte reg dich ab ich reg mich doch gar nicht auf ab nicht auf ich reg mich ja auch gar nicht auf ok was sollen wir unsere schweine jetzt durch den machen schweine was mit den schweinen ach schwarz ich baue eine schweine zucht hier in den berg rein äh geil hast du mich verarschen? nein ok hast du jetzt das problem dran wenn ich eine schweine zucht in den berg rein baue? hehehe gar nicht ja also na die fresse wir sind ein bisschen zu äh haben zu wenig licht und das ist massentierhaltung wir sind ja gegen massentierhaltung oh glaub mir ich baue denen ein richtig geiles unterschlüpf ok vor allem ein unterschlüpf alter schweine ich hasse dich das was auch bei nerf ich hasse mich wenn ich so dumm bin und immer alles irgendwie blöd hinstell und äh verstehst? aha die ganze zeit heeeh 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 wahrscheinlich jetzt meine pickaxe ach da ich hab sie im inventar ha ha oh god wir brauchen 22 obsidian ey das ist bitter das ist wirklich bitter äh du brauchst das nicht ich ja doch wir brauchen es beide weil wir müssen ja was essen holen wir sind im alten haus und wenn wir nichts zu essen bekommen dann sind wir am arsch am arsch die waldfee am arsch die waldfee zum glück spielen die nicht auf hardcore das wärs jetzt noch da wär mir schlecht tot ja war ich ja grad eben das haha haha sehr witzig oh ey Junge da ist Schilf oder was willst du mich verarschen? ich hab auch Schilf mitgenommen ey ey ich hab auch Schilf mitgebracht pflanzt unten im Wasser ein nein ich hab's nicht eingepflanzt das ist im Dings im in der Kiste ich komm wieder pflanzt schon wieder pflanzt schon wieder ein sooo dann pflanzt es bitte ein ist unten am See damit wir schneller Hilfe bekommen äh jetzt mach ich erstmal ne Schweinefarm okay viel Spaß äh du tusche deine Aufgaben nicht Aufgaben tusche deine Aufgaben nicht Aufgaben ich sehe eine kleine Tür die führt mich in meine bedammte Scheiß Irrenhöhle Irrenhöhle? Irrenhöhle oh Gott hier sind oh oh je oh je das ist nicht gut ich seh's hier ich hab das Gelände in meiner Nähe Vorsicht nein das ist nicht gut das ist nicht gut nein nein sei bitte leise ja ich bin leise das ist scheiße schrei sie weg okay brauchst du Bus bauen? brauchst du Bus bauen? brauchst du Bus bauen? nichts ich hab nichts gesagt aha ich werde interessiert der Rider hat mich schon angesteckt sag dir mal Bus bauen komm Bus bauen ach komm halt die fresse muss bauen los tt 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 Puff Penk Sack Bus bauen Bus bauen wenn das mal nicht geil wird was ich hier mache 1 2 3 4 oh ich 5 also ich glaube die schweine werden sie den wahrscheinlich noch gemütlicher haben wir hier oben ja dann sind wir die armen schweine ich doch so viel obsidian jetzt was brauchen wir so viel obsidian wir brauchen zwei nieder und ich muss zwei niederportale bauen warum zwei oder eine da kommst du doch wir haben doch schon ein niederportal du brauchst du nur eins noch da stimmt ja ja stimmt es generiert sich von sehr soja ich dachte einfach so in die welt verstehe von oben auf nach unten fallen da ist es wenn du am ende also so heißt es in der ebene minecraft da wurde einer dringend springst und stirbst du zwar nicht aber du wirst zurück in die normale welt teleportet und fliegt von oben auch nach unten wenn du glück hast fällst du ins wasser wenn nicht dann bist du tot geil sache geils was sachen gibt es ja nicht sachen jetzt die jetzt ja nicht und jetzt ja doch weil ich so ich hab genug brauchst du schon wieder dunkel ich dreh doch ich denke gleich auch durch mach du das zu ist das schön heimisch hier drin ich glaube ich ziehe runter in den schweinestall was wollte ich gerade sagen ich hab's vergessen ich weiß auch nicht was du sagen wolltest egal dafür bin ich ruhig was bist du noch ruhig ich bin dann ruhig jetzt bin ich nicht mehr ruhig weil du nicht ruhig bist das hat man schon mal in welcher sexuelles perp die leute leute er versucht mich nur zu provozieren damit ich rede ich produziere dich gleich du äh ich produziere dich gleich mit shampoo gegen den strich mit benzin warum machst du sowas keine ahnung ich rassier dich gleich an deinen sackhaaren du rassierst mich an meinen sackhaaren okay das heißt also meine sackhaare haben eine behaarung die du entfernen möchtest würde ich jeden sackhaar ja jedes sackhaar aber spliss am sackhaar beauty tipps bei g plus b h spliss bei sackhaaren was können sie dagegen tun wir wissen die lösung wir bestellen glada ja genau okay ja nähe doch ne doch na egal hast du schon was zu fordern nö ich hab erstmal einen stall gebaut für die schweinchen nicht holen willst du mich verarschen nein was nein was was will ich was ist da unten in the glory hole ja oh da greift mich schon wieder ein skelett an oder was oder bist du das ich war da ich bin ganz runter gesprungen okay gut äh ja ich hab jetzt hier grad noch erde geholt für den boden für meinen schönen stall weil die schweinchen sollen es ja gut haben ne du das bambus wächst echt schnell das bambus mein zombie wirklich so jetzt gehe ich schlafen und dann hole ich schweinchen komm wo bist du komm komm warum greift mich das zombie nicht an komm jetzt her ist tot zombie ist tot zombie ist tot zombie ist tot wo bist du jetzt komm jetzt her wir pennen jetzt hin wir pennen jetzt hin komm jetzt her komm jetzt her ja pilz haben wir ich hab auch pilzzuppe du kannst dich pilzzivall anpflanzen damit du ein Reimble am Meer raus bekommst ja aber da muss es dunkel sein ja aber die wachsen auch so in Steinen in Höhlen ja die vermehren sich ja in Höhlen ja pennen mhm pennen meins du Arsch ja ich kann nicht pennen you may not rest now there are monsters nearby geh ins andere Bett genau jetzt penn doch endlich ich hab den Chat glaub ich ausgemacht oder oder was ist los ich weiß es nicht ich geh jetzt auf jeden Fall Schweinchen roll ja schau mich da was grad im Chat ich weiß also ich seh nix aber hast du du hast schon nicht enter gedrückt wahrscheinlich äh doch ich seh nix 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 ok ah da ist ein Creeper burn baby burn komm wir haben noch nur 10 Minuten Vorsicht 10 Minuten ich kann ja die ähm Spinnenaugen aufessen wir haben doch genug Pilze ist egal Spinnenaugen tuns auch achso rote Maschungs haben wir auch noch ja klar das ist ja wie 38 Fleisch komisch wenn wir aber nur noch braune Pilze hätten dann wärs alles easy peasy ähm wie mach ich das jetzt mit dem Weed eigentlich das nehm ich in die Art wir haben keine braunen Pilze ich seh nix ich seh sie jetzt grad nicht in der großen Kiste ja welche große Kiste die äh zwischen den Öfen und der dem Chanting Table das sind rote Pilze da sind auch braune drin ah 4 ja toll reicht auch lohnt sich ach hat die Fresse sei doch mal zufrieden ach so das sind 14 das sind 14 das sind 14 das sind 14 eine Haftpause muss ich das mal ein Rechtsklick drauf wenn ich Weed in der Hand hab oder? nein musst du einfach in der Hand haben und dann folgst du dir ah ok guck ich hab jetzt nochmal ich hol noch ein paar ja ich glaub bei Schweinen bei Schweinen gehts nur mit Kralocken geht das nur bei Schafen mit Weed? hm aber wir haben hier keine Schafe dann weiß ich nicht weiter und bei Hasen bestimmt auch mit Möhrchen Möhrchen Hase Hase guckst du? ich will ja später auf dem Schwein reiten wenn wir in wenn wir in eine Angel ruhen oder du kannst ja fischen gehen Vorsicht ich hab keine Angel ich find die Schweine nicht mehr wo sind zwei Sticks ein String ne zwei Sticks ne drei Sticks zwei Strings da ist ne Höhle wo sind die Schweinchen 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 wir gehen wieder zurück wir gehen wieder zurück gibt's doch nicht ich will die Schweine nicht mehr wer bei destroy noch nicht ich liebe das kommunizierst du grad mit mir oh Gott ein Skelett Alter, ich baue direkt ein Skelett vor mir. Richtig geil, wa? Und ein Gast. Vergiss den Gast nicht. So, bin ich. Welche Kondinaten haben wir? Wir wissen es nicht. Weil ich es ausgeschaltet habe. Ach, gefuckte Scheiße. Was hast du mit den Schweinchen gemacht? Video-Settings, Quality. Was haben wir hier? Better Crest, bla bla bla. Nee, brauchen wir nicht mehr. Oh, Schweinchen? Schweinchen! Schweinchen! Äh, Performance halt. Da war es doch irgendwo, oder? Schweinchen? Ach, Lagometer da. Lagometer? Lagometer. Oder, nee, das ist der falsche Lagometer. Den brauchen wir nicht. Schweinchen guckt mich an, aber? Schweinchen guckt dich an, aber? Da müsste ein Herzchen kommen, oder? Das auch nicht. Sollte da Herzchen kommen, wenn das Ding mir folgen möchte? Vorsicht. Ich verstehe nicht bei mir, wenn die Kondinaten irgendwie nicht aussehen haben, kommt nicht angezeigt. Ich weiß es auch nicht. Das ist schlecht. Toll. Ein Schwein interessiert sich einen Scheiß für mich. Interessiert dich? Dann interessiert sich jemand einen Scheiß für dich. Interessiert dich doch nicht. Ich will aber das Schwein jetzt hier haben. Hä? What the fuck? Was ist denn los? Stoßen wird. Ach, fuck, Mann. Nee, wie kriegen wir jetzt die Schweinefarm hin? Jetzt taucht das andere Schwein auch auf. Ich bin jetzt gerade außer Frage. Was ist denn das denn jetzt? Kuh! Die Kuh! Hä? Nee, das ist ein... Ah, ein geschecktes Schwein. Das gibt's auch. Das ist egal. Ich dachte, das wäre eine Kuh. War mir schon ein bisschen zu klein, das Ding. Komm. Hä? Ohne Witz. Ja, ohne Witz. Das funktioniert ja doch, oder? Nee, das war nur gerade Zufall, dass es in die gleiche Richtung gelaufen ist wie ich. Komisch. Unter mir ist Lava. Och, Menschen. Scheißdreck. Das ist immer, dass er mal keinen Plan von sowas hat, hä? Ich glaube, das sind alles Blumen eigentlich. Das ist ein Scheißdreck. Ich frage dich nur, warum es bei mir nicht angezeigt wird. Ich weiß es nicht. Vielleicht solltest du das auch off-screen machen. So, was war das denn? So, ein Screenshot dazu. So, wo kriegt man eigentlich Möhren her? Werden hier die Chunks überhaupt angezeigt? Wo kriegt man Möhren her? Keine Ahnung. Du kennst dich doch aus mit Minecraft. Äh! Ach, stimmt. Ich finde, der Chat funktioniert bei mir auch nicht mehr. Schuhe ist kaputt gemacht, oder was? Nein. Ich verstehe es noch nicht. Was ist los? Vorsicht, geht's bei dir? Was? Die Koordinaten werden, werden sie bei dir angezeigt? Ja. Kannst du mir bitte sagen, was für eine Koordinate... Kannst du kurz in den Liter kommen, bitte? Äh, wir müssen jetzt mal alles zurücklaufen. Einen kleinen Moment bitte, ich sprinte! War so schlecht. Und schasel irgendwo in ein Loch rein, war so schlecht. Ich weiß nicht, wo wir langen müssen. Also ich meine, ich war ja auch gerade eben erst irgendwie ganz weit weg. Ich brauch ein Weichen, bis ich wieder... Ich habe schließlich keine Koordinaten hier. In einer anderen Welt habe ich auch keine Koordinaten. Oh. Ich verstehe das nicht. Lukas, was ich kam? Ich stehe daran, weil die Opacity nicht stimmt. Ich weiß es nicht, Mann. Ich weiß es nicht. War richtig. Ach, Backe, 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 Backe. Bum, ba dum, bum, bum. Ich komme. Ich komme. Liegst du am Schädel? Ich weiß nicht, vielleicht. Auf jeden Fall haben wir hier einen schönen Schweinestall, ja? Und kein Schweinchen zum Reinbringen. Nö, am Schädel liegt es auch nicht. Egal, wir sollten ja hier in der Nähe auch einen Schädel auslassen. Weil es sonst so scheiße dunkel ist. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, was ich jetzt... Wo ich jetzt hin... Bist du bald fertig da? Bist du gleich da oder so? Ja, ich... Wir haben doch noch drei Minuten. Ja, ich weiß, ja. Wie lange dauert es noch, hä? Bist du schon da, Vorsicht? Vorsicht. Ja. Bist du schon da? Ja. Und jetzt? Jetzt. Jetzt. Oh, ja geil. Ist da. Vorsicht, du bist da. Mein Gott. Hat ja aber lange gedauert. Nicht nach hinten laufen. Ja. Ja, das Thema kennen wir ja. Gut. Welche Konaden haben wir? Ich habe gerade gedacht, was läuft denn da? Naja, das ist ja ein Zombie-Glader. Ähm, X sind es 185,318. Äh, X? Ja. Ja, toll. Ja, warte mal. 135, ne? 185,318. Ja, aber ich muss kurz aufschreiben. 185,318. Weiter. 61,875. 61,875. Alles klar. Und weiter. Minus 282,448. Alles klar. Und wohin muss ich laufen damit... Ach Gott, das ist schlecht. Kannst du das machen? Vorsicht. Was? Jetzt kommt ein Zombie. Jetzt geht es immer noch nicht. What the fuck? Was willst du denn? Ich gehe auch mit dir. Das ist ja kein Thema, Junge. Moment mal. Ich kann ja auch noch resetten. Die Video-Settings resetten, bitte. Mal gucken, ob es funktioniert. Und hoffentlich kackt die auch noch mal jetzt nicht ab. Ja auch. Das wäre jetzt ein Problem dabei. Pikman. Pikman, ja, geh mal. Du hast dich wegtelebotiert. Es hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt. Ey, der Pikman hat sich gerade doch das Portal wegteleportiert. Ja, jetzt ist er bei uns im Land. Echt jetzt? Ja. Wow. Du leistest dir ein... Alter. Das ist etwas zu silios. Hast du... Äh, Wasser dabei? Nö. Das Wasser funktioniert hier nicht. Ah, jetzt hat er aufgehört. Oh, jetzt habe ich den Spaß. Oh, warte, ich habe sie jetzt angegriffen. Jetzt hassen sie uns. Ich hoffe nur dich. Ja, ja. Die hassen auch nur mich. Manchmal war das kaputt. Jetzt hassen sie mich überhaupt noch voll. So, und jetzt? Wir müssen auf die Koordinaten minus 142, 156 und 36. Also, äh, nee, 14,9. Also, x auf 14. Minus 14,9. Auf x. Ja. Okay, und auf y? Ähm, also x, äh, 5,2 und z, äh, nee, moment mal. Okay, und ihr wart habt x und z sehr wichtig. 5,2. Also, x muss ich Richtung minus und z muss ich wohin? Ähm, Richtung plus. Ja, welche Zahl? Nee. Muss. Warte mal. Ich sag's hier auf dem Mund. Äh, 14,9. Also, minus 14,9. Ja. 5,2 und 3,6. Okay, komm mit. Wir kommen nie wieder zurück. Ey, können wir den Weg müssen wir, hast du genug Fakten? Hä? Ja, nee, schalt den Shader doch einfach aus. Nein, wegen dem Weg, dass wir den wieder finden. Ja, wir finden die entweder. Wir haben ja die Koordinaten hier. Manche können jedes Mal nach den scheiß Koordinaten gucken. Ja, ich hab die Koordinaten hier aufgeschrieben. Von Neta. Weil du es mir ja gesagt hast. Schlimm genug, dass ich jetzt während der Aufnahme hier mit den abgefuckten Koordinaten rumrennen muss. Wart hier rum. Ja, das kann aber nicht sein. Wohin? Da vorne, ne? Da müssen wir um den See rum, ja. Scheiße! Der hat uns entdeckt. Das ist wie in so einem Agentenfilm. Also, du gehst hier in den Minusbereich, ne? Ja, ja. Also prinzipiell, die Fackeln hier sind ja auch nicht so verkehrt aufgeschöpft. Leck mich doch. Verpiss dich. Verdammt! Was machst denn du? Brauchst ein Schwert. Ach, natürlich. Ja, komm her. Ich hab's aussehen angegriffen. Ja. Oh, nee, ich hab schon... Leute, ich hab ein Goldschwert. Zwei Goldschwerter. Dann gib mir mein Holzschwert wieder. Äh, Steinschwert. Steinschwert. Nimm's auf. Danke. Ich muss kurz was essen. Mischt, wie kommen wir jetzt da am geschicktensten hoch? Einfach hochgraben. Ich hab ne Diamantspitze gerade bei. Er verrückt, er mich gerade? Also guck mal, das ist der ganze Weg, wo wir mal unterwegs waren irgendwie hier. Äh, nein. Eher nicht. Okay. Okay, wo müssen wir jetzt komplett hängen? Grab dich mal ein... Hier. Oh, da können wir auch laufen. Jetzt nicht mehr. Grab mal uns irgendwo hier einen Weg weiter. Ich hab selber ne Hacke dabei. Aber ich leuchte. Komm, du buddelst, ich leuchte. Wo bist du? Also mach schnell jetzt. Achso. Scheiß Spasti. Ja, piss dich. So. Wohin? Hier. Vor, voran. In die Richtung. In die Richtung. Warte. Ja. Ja, eigentlich wär's das auch schon mit der Aufnahme. Ja. Äh. Das ist ja schlecht, dass ich jetzt mit der Diamant-Spitzhocke hier... Ich glaube auch nicht, dass wir wirklich da hin müssen. Ja, also die Kodi-X-Kontenate? Du hast mir doch gesagt da hin, oder? Ja. Warte mal. Lass mich kurz... ...was ausprobieren. Wenn wir... ...was ausprobieren... ...würdig und bleib vorsichtig und, äh... ...ich weiß nicht, ob ich das überlebe hier. Lebet wohl, ihr. Lebet wohl und in Frieden. Bis zum nächsten Mal, ey. Bis zum nächsten Mal, ey. Bis zum nächsten Mal, ey. Denn heute kommt keine... ...auf immer. Ja, diese Woche. Für immer. Richtig. Ciao. Für die Folge. Ciao. ...